Hallöchen liebe Städtebauer, willkommen zurück zu City Skylines. Ja, unser Touristenzentrum ist im Grunde fertig. Wir haben noch das Verkehrsproblem jetzt hier gelöst. Das habe ich mal eben schnell zwischen den Folgen gemacht. Mir ist eine Lösung eingefallen, nämlich wir haben hier einen quasi ein etwas abstrakten, aber doch Kreisel jetzt hier gebaut, wo jetzt die gewünschten Zu- und Abfahrten entlang gehen. Und ihr seht, der Verkehr kann jetzt hier gut fließen. Wie sieht das in der Grafik aus? Moment. Schauen wir mal. Gut, am Kreisel ist natürlich rot. Hier, wo die abbiegen wollen, ist natürlich auch rot. Aber es ist auch nur an der Stelle rot und von daher passt das. Es kann fließen. Es staut sich nichts zurück, in keine Richtung. Die Brücke hier wird naja. Es fahren da welche. War ein teurer Spaß, aber wir haben es ja. Gut, wir lassen die Ecke hier alleine. Auch was das hier mit den Arbeitslosen. Ich habe jetzt hier dann auch mal noch eine Polizeiwache und eine Arztpraxis und eine Feuerwache und noch einen japanischen Garten zugeklatscht. Damit diese Arbeitsplätze eventuell noch ein bisschen attraktiver sind. Aber ansonsten, äh, ja, müssen sie halt schauen, wie sie zurechtkommen. Ja, also, ähm, hier kommen mittlerweile auch sehr gut Waren an. Ja, da wird viel abgeholt. Gut. Ähm, nur, dass jetzt viel hier rum geht, war ja eigentlich geplant, dass die Waren hier über die Autobahn hier reingeliefert werden. Aber gut, wenn das Ganze jetzt hier rum geht und, ähm, hier zusätzliche Arbeiter dann hier eventuell noch ein paar ankommen, dann soll mir das auch recht sein. Wir lassen die Ecke hier mal alleine und widmen uns jetzt endlich mal wieder dieser Baustelle hier. Die hat lange, lange, lange auf unsere Aufmerksamkeit warten müssen. Ähm, und, ja, also, das wird hier ein, ein Wohngebiet. Und, ähm, wie wir das hier zu handeln beabsichtigen, das ist noch nicht hundertprozentig in Stein gemaltet. Ähm, auf jeden Fall kommt hier mal noch eine Straße runter. So, so weit, so gut. Okay. Und, hier muss natürlich jetzt noch eine Straße entlang. Weil hier ist ja der große Warenantransport, deshalb wird, äh, auf dieser Seite hier der Commercial entstehen. Und dieser Commercial, ja, der will auch, äh, hier angeliefert sein. Na, ist mir, ist, ist, ist ein bisschen knapp, aber, aber es geht. Gut. Wir brauchen ein 90 Grad Äquivalent Wir brauchen ein 60 Grad Und wir brauchen ein 50 Grad Und wir brauchen ein 200 Grad Ja,... Wir brauchen ein 50 Grad Das ist auch kein 80 Grad Und hier wird jetzt die Verbindung entstehen. Mein Gespräch, ähm, das kommt weg. Ähm. Hm. Ja, das könnte eigentlich schon hier anschließen. Die werden auch noch so breit hier an der Stelle. Irgendwo muss ich ja noch in diese hier rein. So, machen wir es hier schon schön breit. So. Und das Ganze jetzt natürlich noch hier einmal hoch. Ähm, Moment. Ja, dieser Abriss war ein bisschen verfrüht. So, das kommt hier ran. Das kommt hier ran. Und ich habe mir überlegt, einfach weil wir es können, donnern wir hier hinten noch einen Flughafen hin. Haha. So, dazu brauchen wir jetzt aber erstmal hier die korrekte Abmessung. So. Und an diese Straße soll jetzt der Flughafen. Aber bauen wir das ganze Ding erstmal fertig. Eventuell müssen wir hier doch mit einer breiteren Straße arbeiten und daher hätten wir gar nicht groß messen müssen hier. Und hier wird Horror, wenn das jetzt hier länger weiter geht. Na, ich glaube da bauen wir doch noch eine Umgehungsstraße. Ich denke da bauen wir doch noch eine Umgehungsstraße. So. Nein. Nope. Und zack. Und zack. Ja, und hier auch nochmal, ne? So. So. Hmm. Die assumed Gegenstraße können wir eigentlich auch direkt an die Kreise abschließen. Aber jetzt machen wir es erstmal hier. So. Und jetzt müssen wir hier noch einen Flughafen hinkriegen. Aber ich sehe schon, dass hier bereits vorher noch Terraforming ansteht. Den Hubbel will ich ja überhaupt nicht haben. Kann ich mir nicht leisten. So. Ein Flughafen. Muss mindestens bis hier hin. Wegen der Lärmbelästigung. Oh ja, und dann müssen wir hier noch ein bisschen, ein bisschen, gut was von dem Berg weg rubben. Es sei denn, wir bauen ihn andersrum. Und ich denke, es ist sehr viel einfacher, das ganze Scheißdinger andersrum zu bauen. Na, da war es wahrscheinlich ein bisschen zu weit hier draußen. Ja, ein Stückchen hoch muss er noch. Ein Stückchen nach oben muss er noch. Eher hier so. So. Jetzt ist er fast schon wieder zu weit oben. Aber so kriegen wir dorthin. So, ein Stückchen. Okay. Let's terraform. Let's terraform. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Zu viel Erde. Müssen wir die Erde wieder irgendwo abkarren. Da haben wir mal den hohen Baum noch ein bisschen höher. Da wäre dann so ein ähnlicher Flughafen, wie dieser eine komische, gefährlichsten Flughafen der Welt, wo er direkt dahinter ein Berg ist. Fällt nur gerade der dämliche Land nimmer ein. Hier beim Mount Everest ist er, glaube ich. Oh, wie heißt denn jetzt das Land? Ganz berühmt. Wer's weiß, bitte in die Kommentare. So. Und da haben wir ihn. Einen zweiten Flughafen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, durch die verbreitete Straße gehen jetzt hier natürlich keine solche... ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. so aber hier geht das zack zack hier noch ein stück und hier und hier noch ein stück verlängern wie sie da kommen dann kommt halt auf eine seite ein bisschen was spaleres das heißt moment auf diese ganz breite soll eigentlich sowieso nix hin das heißt wir können das durch durchziehen das ist schon okay so dicht besiedeltes commercial hier und hier danach haben wir was wir strom hier strom ja kriegen wir so dicht besiedelt commercial überlegen ob ich diese verbreitete straße ja auch noch in der miete durchgehen lassen soll ich glaube das mache ich das erspart uns dann später so einige unangenehmlichkeiten wenn wir das ging gleich breiter machen und wir verbinden das dann auch noch hier an den zwei stellen aber dann war meine nächsten folge freunde ist schon wieder vorbei ich verabschiede mich hoffe ihr haltet spaß jetzt auch dass ihr jetzt noch ein bieten bekommen hat wie wir hier einen flughafen bauen der da hinten ist ja leider dass der der bau dieses jenes da hinten der ist ja leider ein bisschen verloren gegangen ansonsten ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und sage bei bei euer mark